Die Hochschulwahlen stehen vor der Tür und ihr bestimmt, wer euch vertreten soll. Die Wahl findet am 5. Februar von 11 bis 14 Uhr in der Mensa statt. Ihr habt richtig gehört. Ihr habt es in der Hand eurer studentischen Vertreter im Stura, Fachschaftsrat, Fachbereichsrat oder Senat zu wählen. Falls ihr am 5. Februar nicht mehr an der Hochschule sein solltet, habt ihr die Möglichkeit vom 29. Januar bis 2. Februar per Briefwahl abzustimmen. Ihr fragt euch, wo ihr die Unterlagen für diese Briefwahl findet? Genau hier im Rektorat bei unserem Wahlleiter Dr. Jansson im Gebäudeteil G, zweite Etage, Zimmernummer 23. Der Wahl steht also nichts mehr im Wege. Macht euch am 5. Februar auf zur Wahlurne und gestaltet somit das Hochschulleben mit.